Musik An diesem Samstag, den 22. April, der Geburtstag meines Vaters, oh Gott, ist tatsächlich Earth Day. Der Tag der Erde und der Tag der Erde soll gefeiert werden, nicht in einer Stadt, nicht in zwei Städten, nein, über den gesamten Globus verteilt. In 500 Städten sollen tatsächlich Demonstrationen stattfinden und zwar der March for Science soll dort stattfinden. Der erste Schritt zu einer globalen Bewegung für die Verteidigung der essentiellen Rolle, die die Wissenschaft für unsere Gesundheit, Sicherheit, Wirtschaft und Regierungen spielt, heißt es auf der Website der Organisatoren. Hier in Deutschland werden diese March for Science tatsächlich laufen in Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. In Berlin soll der Marsch um 13 Uhr vor der Humboldt-Uni starten und dann zum Brandenburger Tor führen. Ich persönlich kann nur sagen, jeder, der irgendwie in diesen Städten in Deutschland ist, nämlich Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, der sollte doch einfach mal da vorbeischauen. Junge Menschen gibt es zu begrüßen, junge Menschen gibt es da kennenzulernen, sympathische Wissenschaftler, da kann man nochmal was erleben. Nein, ehrlich, jetzt war es Spaß beiseite. Ganz simpel, geht da euch hin, auch wenn ihr was Besseres zu tun hattet, überleuchtet es einfach mal, den Nachmittag in einer friedlichen Art und Weise für die Wissenschaften zu demonstrieren. Denn, ganz ehrlich, sie haben es wirklich nötig. Wo in Amerika tatsächlich jetzt über 40% der Menschen glauben, dass die Evolutionslehre kompletter Blödsinn ist. Dass sie so ideologisch verblendet und indoktriniert sind, dass irgendwelche religiösen Pfaffen, Heinis, ihnen erzählen können, was wahr ist und was nicht und wo. Wissenschaft generell als linksextrem angesehen wird, weil sie tatsächliche Fakten haben, keine Alternative Facts. Wer hat sich überhaupt darauf eingelassen, dass diese Verbrecher Alternative Facts sagen dürfen, ohne dass man in ein Gelächter fällt? Das sind keine Alternative Facts, das sind dreckige Lügen. Unglaublich eigentlich. Kritiker sagen, wenn man an diesen Demonstrationen teilnimmt, das wäre zu liberal, zu politisch links. Und in Amerika natürlich auch noch gegen Trump, gegen den Präsidenten, nicht nur gegen diesen komischen, orangefarbenen Hans Wurst, der an der Macht, sondern gegen das Amt des Präsidenten. Und Wissenschaft dürfe nicht politisiert werden. Genau darum geht es. Wissenschaft darf nicht politisiert werden. Wissenschaft ist an sich per se neutral. Interessiert mich, was irgendwelche Ideologien sagen. Die Wissenschaft folgt den Fakten, dahin, wo die Fakten sie hinführen. Da ist es egal, ob das irgendwie ideologisch progressiv oder konservativ oder faschistisch ist oder sonst irgendwas. Die Wissenschaft lässt sich da nicht bestechen. Anders als zum Beispiel gerade auch politische Meinungsforschungsinstitute. Da ist das Forschung sogar schon im Namen mit drin. Aber ich habe gestern gerade meinen 28-Minuten-Beitrag über das Institut der deutschen Wirtschaft gehalten. Das ist keine Wissenschaft. Da wird versucht, die eigene Ideologie mit einer Pseudowissenschaft zu begründen. Da werden sie niemals hören, nee, sorry, der Neoliberalismus ist kacke, weil unsere Fakten zeigen, wir hatten komplett Unrecht. Das werden sie von daher niemals hören. Sie werden immer das Gegenteil davon hören. Immer. Egal, ob die Fakten was sagen, anderes sagen oder nicht. Und ansonsten werden die Fakten halt so hingebogen, beziehungsweise es werden eben nur die Fakten genannt, die dafür sprechen. Die Fakten, die dagegen sprechen, werden halt nicht genannt. Und nicht nur bei diesen Lobbyunternehmungen ist das so. In Bayern zum Beispiel, da ist es auch immer noch so. Überall wird die Linkspartei nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Aus gutem Grund, weil sie ist nicht verfassungswidrig. Als Partei ist es sie nicht verfassungswidrig, selbstverständlich nicht. Die einzigen, die damit immer noch Probleme haben, das sind die Bayern. Da ist es gerade erst letztes Jahr ausgelaufen, die offizielle Überwachung. De facto ist es aber immer noch so, dass wenn sie dort eingestellt werden sollen, in den Staatsdienst, zum Beispiel an einer Universität, müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, ob sie extremistischen Parteien angehören. Und darunter fällt für die bayerische Landesregierung auch immer noch die Linke. Und wenn sie dort ein Jahr ankreuzen, dann bekommen sie den Job nicht. Es herrscht auch immer noch im Jahre 2017 ein Berufsverbot für bestimmte politische Meinungen in Deutschland. Vor allen Dingen nicht nur extreme Meinungen, sondern auch politische Meinungen, die jahrelang jetzt schon im Bundestag vertreten sind und den Ministerpräsidenten in einem Land stellen. Was vor allen Dingen auch in Amerika jetzt passiert ist, Wissenschaftler, die daran teilnehmen werden, denen werden die Gelder gekürzt. Da kann man ziemlich sicher sein. In der Türkei ist es so, denen wird einfach gekündigt, wenn sie Fakten vertreten, die Erdo gar nicht passen. Ganz so schlimm ist es in Deutschland halt noch nicht. Aber erstens müssen wir uns solidarisch zeigen mit diesen Menschen, wo es ist. Wir müssen unsere Regierung dazu bringen, dass sie Druck ausübt auf die USA, die Wissenschaft wieder zu achten. Und wir müssen aufpassen, dass es hier nichts genauso ist wie in den USA. Dass irgend so ein Vollpfostenheini einer christlichen Partei sagen kann, er glaube nicht an die Evolution. In der Bibel steht was anderes. Das haben wir zu verteidigen. Dass solche Menschen dahin gehören, dahin kommen, wo sie hingehören. In Behandlung. Das ist ein passiert. erdien. Untertitelung des ZDF, 2020